Komm, wir machen Kenny. Ja, ich weiß, du wirst das nicht sehen. Ich will das auch nicht sehen. Bitte sag, dass ich es nicht machen muss. Nein, nein, nein! Ich lasse mich an! Nein, bitte! Da krieg ich den Steiner nicht mehr hoch! Nein! Boah! Nur nicht drüber nachdenken. Einfach nicht drüber nachdenken. Ja, aber... Er war tot, Clementine. Aber was, wenn er nicht? Er war, ich versuche. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob er es sogar hätte sehen können, ob er sich verwandelt. rein theoretisch. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. 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 Nichts. Ich will es nicht sehen. Ja, ich will es nicht sehen. Ich mache das. Get away. I told you to get the fuck away. Glop these routines. Don't talk to me, Lee. Don't fucking talk to me. You've got to pull yourself together, Lily. Why? For your sake? So you can feel better about about what you did? For your own sake. Right. Because you fucking care so much about me. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. in other words, my father's more useful to you dead than alive. If he was alive and had the key to getting us out of here, do you think he'd keep it to himself? What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Hmm. Hmm. Drama queen. Hmm. Oh boy. I've got to do it. I've got to do it. Any idea which pocket he keeps us changing? Yeah. Fucking vulture. Oh, hold on the end. lol auf ein hieb da war jetzt geraten ok dass das echt funktioniert Nein. Danced. Wir brauchen dich, Clementine. Okay. Du wirst okay. Was mache ich, wenn ich rauskomme? Verzeh, ob du auf den anderen Seite der Tür öffnest. Das Ding war nicht... Ah, okay. War dann aber nicht gut verriegelt. Ich kann sie sehen. Es ist nicht sicher hier. Ja, Mann. Mach schnell. Beeil dich. Verabschied dich schneller. Ich hab's, was gleich kommt. Ich hab's, was gleich kommt. Wobei, eigentlich geht's jetzt. Boah. Muss ja nur mal gucken, wann wir die nächste Episode spielen. Wenn wir mit dieser fertig sind. Wenn wir mit dieser fertig sind. Hm. Da ist sowas. Was? Oh Gott. Was ist mit diesen Leuten? Voller Blut. Ich nehme das Ding hier. Hm. Ähm. Ähm. So what's the plan? That and tell my ass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Sounds good. Okay. You ready? Nö. Yeah. Let's go. Stay close. Das war Kakido wieder. Woher gehst du? Der kann, man kann mir aber nicht erzählen, dass der das nicht gehört hat. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Dad. Was bist du draußen in der Barre? Oh, shit. Just guarding the place, wie du sagst. Wir sitzen in der Reine wie ein paar Jahre altes. Mama sagt, wir können nicht so viele Leute alive und nicht erwarten. Pick einen, und zählen die resten. Kann ich zählen, welchen zu halten? Ich will nicht durch den Spalt gucken. Ich hab Angst vor Spalten. Mö. Der steht doch jetzt direkt vor mir. Kannst du ihn sehen? Nö. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Lee, fokus. Wo ist Danny? Wo ist Danny? Ich sehe ihn nicht. Woher ging er? Ich weiß nicht. Schau wieder. Er ging nicht nach uns. Wir nehmen ihn zusammen. Wie? Er geht nicht nach uns. Er hat einen Warm-Asset zu kommen. Er hat einen Warm-Asset zu kommen. Er hat einen Warm-Asset zu kommen. Wir können ihn wegnehmen, wenn er zu uns kommt. Wir sehen, was er jetzt macht. Was er jetzt macht? Servus. Hm 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 hm. Das ging schief. Äh 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 äh. Hallo Luna! Hm hm. Servus. Aua. Ich hab keine Waffe mehr. Ähm. Ah. Ei. Aber Kopfschmerzen sind gar nicht gut, Luna. Entschuldigung! Komm, komm! I won't be far behind. K K you see you understand now. Don't you It's how the world works now get part of yourself so others can live That's why you killed that woman in the woods. She was about to spill everything you want ready to hear Bist du krank? Töte. Einfach nur töten. Doch. Ohne Waffe. Ernsthaft? Ohne Waffe. Er hat verdient. Keine Ahnung, was er getan hat, aber wenn Pötchen ihn umgebracht hat, dass wir das den Hund gehabt haben. Er und seine Familie haben einen von unseren Mitgliedern aus der Gruppe statt zu helfen. Er hatte halt eine Schussverletzung, er hat einen Fall im Rücken bekommen und ja, sie haben ihm dann halt die Beine abgehackt und uns zum Abendessen serviert und uns dann in ein Kühehaus eingesperrt. Das ist die Kurzfassung von dem, was passiert ist. Und der Kerl feiert es auch noch. Also keine Reue, gar nichts. Nur der Satz, das Fleisch könnt ihr verderben. Wir hörten die Kräfte, als wir nach Hause kommen. Sie haben uns attackiert. Ich wusste es. Ich sagte dir, wir können uns vertreten. Shit. Wie viele von ihnen sind da? Zwei links. Wo? Larry ist tot. Das Witzige ist, hinzukommen, dass das Elektrozaun aus ist. Wir haben das teilweise wegen der Elektrozaun nicht funktioniert. Das heißt, die Zombies können halt einfach aufs Grundstück mittlerweile kommen. Die haben keinen Hindernisgrund mehr. was ist, dass wir auch bei der Brauern bekommen haben. Ja, ich mache das jetzt. Ich nehme die Karte. Nein, bitte nicht nehme meine Karte. Lasst uns, Frau. Sättet die Karte. Ich will nicht die Karte. Andy? Danny? Das ist du? Was ist passiert da? Was passiert? Was hat Katja und die Kinder? Oh, Gott. Komm in. Let's me go! Lee! Get back! Don't come in here. There's a chance to go snooping around, didn't you? Let her go, Brenda. Lee! Lee, please don't you take another step. Brenda, come on now. You know you don't want to do this. Just go away and leave us be. And you know, it was another one. Stop right there, I mean it. Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Oh, da ist, da ist übrigens unser Kompagnon. Das ist der Typ, dem die Beine abgehackt wurden. Wir müssen sie jetzt dazu bringen. Dass sie weiter hoch geht. Das ist der Typ. Ich möchte dich töten, Lee! Daaaannn, Lassi-Loss! Der Steri war dein Bruder! Schau dir was du getan hast! Stop! Ich meine es! they took Doug, where's Kenny? I said don't move, asshole, don't you fucking hurt him oh my god let him go, goddammit that ain't gonna happen Andy, don't shut up Andy who the fuck do you people think you are? Was hat sich jemand durchgeschossen? Oh Gott. Aua. Ah. Eigentlich dürfte das denn gar nicht funktionieren. Hallo? Nein, nicht in den Zaun. Oh fuck, 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 oh fuck. Nein, 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 nein Oh mein Gott er hat eh schon alles verloren bist du auch krank ich glaube mittlerweile gehen die erkennung echt um das heißt die euch selbst zu schreiben don't you dare walk away from me li get back here and finish this nein einfach nein da kommen wir das ist die schlimmere strafe ja und da kommt seine mama die mittlerweile auch ein combis passt ja perfekt le die 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 haben sie Für die Leute, die Mark setzten. Willst du es? Warum nicht du es hältst? Manchmal hilft es etwas, die du mit deinen Gedanken dokumentieren kannst. Wie geht's dir? Ich werde gut. Ich bin nicht so jung, wie ich war. Hör, gehen wir und Li einen Moment. M�ben. 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 Wie geht's dir? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. nicht ausdrücken es war ein mann und eine frau der ist ja noch weggelaufen könne nie noch mehr fremder du bist der letzte fremder aus unserer gruppe der hinzu kam aber schon schade dass marke so ein kurzes gastauftritt hat also was ist ganz kurz ein auftritt eine episode lang die 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 Ah, Lillie. Entschuldigung. Okay. Sollen wir die Sachen mitnehmen oder sollen wir sie nicht mitnehmen? Auf der einen Seite, es ist ja niemand am Auto. Auf der anderen Seite, es war mal jemand am Auto. Also wenn die Personen zurückkommen. Das machen wir mitnehmen oder nicht mitnehmen? Das ist hier die Frage. Weiß ich, wie ich die letzte Mal da entschieden habe. Ich meine, ich habe beim letzten Mal nicht mitgenommen. Ich bin mir aber unsicher. Wir nehmen mit. Da. Ah. Auf der anderen Seite, wir brauchen aber was zu essen. Ich will mich irgendwie auch nicht gegen die Gruppe stellen. Wir nehmen mit. Wir müssen das, Clementine. Wir brauchen es, um zu überleben. Wer sagt, es ist deine Entscheidung zu machen? Hey, wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Like es oder nicht, wir brauchen diese Essen. Now, geh über hier und open die Trunk, Lee. Ja. Ja. Rief ab, ich verklebt. Nein. Ja. No shit, I already tried that. Aber ich hörte, du take die Chancen von up front. Hm. Hm. Jetzt. Jetzt auch einfach durch die Hände greifen können. Okay. 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 Got a box of food here. I'll carry it. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Okay. Okay. Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with them, okay? Okay. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some, too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Okay. Oh nein, will ich das sehen? Oh, shit. Oh. Wir wurden beobachtet. Jake, Bart, Linda and all y'all fucking sickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're fucking rapeers. Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? Don't, Clementine. No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who do... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Aber wir gehörten doch gar nicht zu denen. Das war noch eine ganz andere Gruppierung. Ich glaube, einfach die Frau hat so... Irgendein Knacks psychische... Making is done, pal. Ain't nothing left. Nein, Lea, bitte. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lilly's not doing so good, huh? But we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Ja, ich erinnere mich an die Episode. Gut. Äh, David hat das Bein abgehakt. 84% der Spieler haben sein Bein abgehakt. Ja, ich habe es ein einziges Mal geschafft, das Bein nicht abzuhacken. Aber, ja. Keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Äh, Jolien erschossen. Sie meine 80% der Spieler haben bezögert, bevor Danny sie erschossen hat. Geholfen Larry zu töten. 31% Ja, ich wollte mich halt gutstellen mit Kenny. Beide sind schon Brüder umgebracht. Ähm, du und 82% der Spieler haben nicht beide Brüder getötet. Lebensmittel auf dem Wagenstuhl. 55% der Spieler haben die Vorräte mich genommen. Das wundert mich ein bisschen, aber okay. Also, ich weiß noch nicht, wie ich nächste Woche streame. Muss ich mal mit Frisches gucken, wenn er wieder da ist. Ja gut, richtig sehen tue ich ihn näher als Samstag wieder. Wie ich da nächste Woche streame. Weil Frisches hat nächste Woche ja auch einen Urlaub. Dann können wir da nämlich die dritte Episode beenden. Ich glaube, fünf Folgen hat das Spiel insgesamt. Sollten wir vor Weihnachten, also in diesem Jahr noch durchkriegen. Dann wäre das Spiel nämlich auch von unserer Liste. Dann machen wir danach weiter mit Alice. Vielleicht Alice wird von drin noch. Mal gucken. Haben dann ja noch zwei weitere Spiele von Halloween offen. Karablet haben wir ja auch noch. Mache ich aber ganz, ganz zum Schluss. Unter anderem auch, weil ich eine gewisse Stelle da zurückhalten will. Weil die echt einfach nur nervig ist. Und ich heule jetzt schon innerlich. Ich heule innerlich schon. Und dann kommt dann ja auch noch ihr Text zu mit Aira. Kommt ja auch noch hinzu. Wollten wir ja dann am Donnerstag machen. Also nächste Woche Donnerstag. Muss ich mir auf jeden Fall eintragen. Das wird lustig. Ich weiß nicht, ob ich das hier überspringen kann. Ich muss weg. Nee, komm mit sie. Ich bin hier geblieben. Du kommst nicht weg. Und dann, wie pile mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.